Ein Doppelklick auf ein Dokument öffnet das Dokument in der Ausgangsapplikation. Bei PDFs gibt es eine Ausnahme. Ein Doppelklick auf ein PDF öffnet ein PDF im neuen integrierten PDF-Editor. Es ist also kein Export und anschließender Reimport von PDF-Dokumenten notwendig. Die in diesem neuen Editor bietet eine ganze Palette von Möglichkeiten. Man kann natürlich einen PDF durchscrollen und durchlesen. Man kann hinein und heraus zoomen. Weitere Bearbeitungsmethoden sind die Darstellung des PDFs oder auch die Darstellung ein und desselben Dokumentes in zwei getrennten Bildschirmen. Im Beispiel kann ich die Anträge meiner Kündigung Schutzklage im Auge halten und demselben Schriftsatz weiter unten prüfen, ob ich bei der Begründung alles bedacht habe. Neben ein und demselben Dokument können auch mehrere PDFs aus der Akte nebeneinander gelegt werden. Diese lassen sich aus der PDF-Liste der Akte bequem heraussuchen. Es lassen sich immer zwei PDF-Dokumente nebeneinander anzeigen. Ansonsten lassen sich beliebig viele PDFs allerdings auch öffnen und können über die Tab-Reiter am oberen Bildschirmrand durchgeklickt werden. Der PDF-Editor verfügt über einen integrierten Webbrowser, über den ich Recherchen in Online-Datenbanken anstellen kann, sofern ich entsprechende Zugänge habe. Und man kann über diverse andere Schaltflächen mit üblichen PDF-Werkzeugen wie Seitenvorschauen, Suchen und so weiter arbeiten. Über die Schaltfläche Bearbeiten wechselt man in den Bearbeitungsmodus. Existiert für das PDF noch keine Arbeitskopie, wird angeboten, diese auf Klick zu erstellen. Auch in diesem Modus gibt es diverse Werkzeuge, die man sich zu Nutzen machen kann. Man kann ansonsten immer zwischen Original- und Arbeitskopie hin- und herschalten. Arbeitskopien lassen sich natürlich auch löschen. Im Bearbeitungsmodus gibt es die Lesezeichen und andere PDF-Werkzeuge. Hervorzuheben sind hier die Möglichkeiten, im PDF selbst zu arbeiten. Dies kann mittels eines Markers geschehen, wo ich verschiedenfarbig bestimmte Bereiche des Dokumentes markieren kann. Man kann Annotierungen setzen, um Vermerke, also kleine gelbe Post-its sozusagen, in der Akte zu platzieren, die auch bei der mobilen Arbeit hinterher auf einem Tablet erhalten bleiben. Es gibt die Möglichkeit, einen Freihandmarker zu nutzen und es gibt einen Radiergummi, um die Markierungen auch wieder zu entfernen. Weitere Optionen zum Arbeiten im PDF sind die Möglichkeit, Passagen zu unterstreichen, mit Pfeilen zu arbeiten oder ein Dokument mittels Legal Assist auf Fundstellen und Zitate hin untersuchen zu lassen. Die Fundstellen werden im Dokument mit Hyperlinks versehen und können durch Klick eine Recherche auslösen. Man muss das Dokument nicht durchscrollen, um die Fundstellen zu finden. Diese werden in der Lesezeichenliste automatisch hinterlegt. Ein Klick auf die Fundstelle bringt mich zur gewünschten Seite und dort kann ich die Recherche auslösen. Recherchiert werden kann in Wolters Glüver Online, Beck Online oder der U-Aug, sofern man die entsprechenden Zugangsdaten besitzt. Ergebnisse lassen sich medienbruchfrei in die Akte übernehmen. Die KI-gestützte Sachwahlsanalyse Legal Analytics wird in einem separaten Video behandelt. Gleiches gilt für das Labeln von Dokumentenpassagen. Aus dem Anmerkungsmodus kann man noch in den Bearbeitungsmodus wechseln. Hier stehen weitere Werkzeuge zur Verfügung. Beispielsweise können im PDF-Textfelder platziert werden. Es können Passagen durchgestrichen werden. Und es lassen sich Blocks rechtssicher schwärzen. Anders als beim Markieren wird hier ein Bereich aus einem PDF quasi herausgestanzt und ist nicht mehr wiederherstellbar. Insofern ist das Werkzeug mit Vorsicht zu gebrauchen. Ferner kann man im PDF Seiten drehen, Seiten löschen, Seiten hinzufügen oder auch Seiten extrahieren. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn ich einzelne Seiten eines PDFs mit einem neuen Namen als neues Dokument benötige. Vorliegend soll die Seite 2 als Anlage C aus diesem PDF herausgetrennt werden. Das Dokument wird generiert. Man kann einen Zielordner zuweisen und im Übrigen auch weitere Metadaten eingeben. Anschließend steht das neu generierte PDF-Dokument in der elektronischen Akte zur Verfügung. Das Extrahieren steht übrigens auch mit Rechtsklick auf ein Dokument in der elektronischen Akte unmittelbar dort zur Verfügung.